So, ok. Los geht's mit der nächsten Mission. Wieder ein Katapult, Mann. Ein Katapult hat das ganze Ding wieder zerstört, ja? Also, ich hab jetzt eine Basis ohne Arbeiter, weil die Arbeiter gefangen genommen wurden. Die muss ich jetzt erstmal befreien. Das ist im Endeffekt aber schon da, wo die, äh, da wo die Basis ist, ja? Ja? Also, das ist halt so eine Sache. Und, ähm, ja, das ist jetzt ja schon mal sehr interessant gelaufen gerade eben. Weil, weil ich hatte jetzt gerade wieder, äh, also es gab jetzt wieder so ein Katapult, weil, weil, das hat gerade wieder alles von mir getötet. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. So, warte mal, ich speichere hier gleich, so, warte mal. So, ich gucke nochmal schnell, Aufnahme habe ich gedrückt, ne? Ja, ok, so, weil, wir, weil, ein Ding kommt seltener allein, ne? Yes, yes, my Lord. Yes, your bidding. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, 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 yes. Also, sozusagen, ich habe gerade meine, meine Bogenschützen hier hingestellt und da kam mir schon so, 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 so ein Katapult an und hat sozusagen alle, alle Typen einfach wieder weggemacht, ne? Yes, yes, my Lord. Yes. Das war gerade ein bisschen doof. Was ist denn jetzt hier? Farsi, äh, okay. Weil, hier ist sozusagen das Gefängnis? Yes, my Lord. Yes, yes, yes. Yes. So, jetzt sieht man das, jetzt ist das aber noch nicht da hier, das Katapult, komisch. Yes. Yes, your bidding. Your will, my Lord. Your will, Sire. Yes, my Lord. So. Deswegen muss ich dann hier immer so... Yes, my Lord. My lead. Yes. Your bidding. Yes. Und wo kam denn jetzt gerade das Katapult hierher? Wirklich? Also, ich sehe das nämlich gerade nicht. Das ist nicht so, wie es laufen soll. Also, das Ding ist schon mal komisch, dass, äh, ja, wie weit es das Katapult laufen muss. So, ich laufe mal mit einem hier kurz, äh, ups. Yes. My Lord. Yes. Your will, Sire. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Your bidding, my Lord. Yes, my Lord. Yes. Yes. Alter, hier muss ich echt so Minim-Schritte speichern, ja? Was mich jetzt aber gewundert hat, ist, dass die Reichweite hier gar nicht ausreicht, ja? Your bidding? Yes. Yes. Yes, sir, attack. Yes. Yes. Yes, my Lord. My Lord. Okay. Halt, sicher, sicher, so, sorry. A few moments later. Hey. Ich muss das Katten, denke ich. A few moments later. Okay, hey, ich, wenn ich, so. So, ich muss jetzt hier echt die Sachen schneiden, weil, es reicht schon wieder alles hier nicht. My Lord. Yes, my Lord. So. Yes, my Lord. Yes, yes, my Lord. 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 The Orcs are brought. Yes, my Lord. Yes. Yes, my Lord. So. Yes. Yes. Yes, my Lord. Okay, so, das ist schon mal ganz gut gelaufen, so. A few moments later. Oh, Gott, ja. So. 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 Erstmal diese Typen hier töten, so. Yes, my Lord. Yes. Yes, my Lord. Yes. Yes. Yes, yes, my Lord. Alter, das ist schon echt ein Mikro hier alles. Yes, my Lord. Yes, my Lord. My Lord. Ich meine auf das, ich, ich würde jetzt sogar sagen, ich scheiß auf das, äh, auf das Katar... Achso, das war ein Heiler, okay. Yes, my Lord. Okay, das war gut, oder? Das war auch ein richtiger Treffer, oder? So, okay. Yes, my Lord. Yes. So. Jetzt haben wir alles, so, zack. Verdammte Axt hier. 2.000 Jahre später. Eieieiei, schnippel, schnippel, schnippel. So, also das Ding ist halt echt hier. Das geht nicht in einem Rutsch durch hier. So. So, gerade eben hatte ich aber auch nicht richtig aufgepasst. So. Okay, so, das ist die eine Truppe. Mein Lord, mein Lord, yes, mein Lord, yes, mein Lord, yes, your will, yes, sir. Yes, my Lord, yes, yes, my Lord, your will, sire, yes, my Lord. So, ich sehe da schon rechts was kommen. Oh, guck mal, wie gut die Katapulte einfach sind, ja. So, Gold kommt jetzt gut rein, okay. 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 So, wir gehen jetzt einfach mal hier unten hin mit dem und dann gehen wir wieder hoch. Achso, ich brauche Holz, 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 Holz. Okay, so. Also, es geht jetzt nur darum, dass ich halt sehe, wenn einer von unten kommt, was halt erst spät passiert. Aber, also, gerade eben musste ich so laden, weil, weil irgendwann war der Angriff dann halt von hier unten gekommen. Yes, 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 my Lord, 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 yes. Oder von hier halt, ne. Guck mal, jetzt hier zum Beispiel kommen wir zwei Echsenmeister lang. Okay, halt, hat er jetzt... Yes, my Lord, 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 yes, my Lord. So, wenn man jetzt was sieht, ist es doch schon viel schicker so. So, habe es hier, zack. So, es geht aber theoretisch noch der Weg hier rüber. Aber das würde ich ja gleich hier sehen, ne. Okay, so. Okay, so, zwei Ritter. Ich hätte dich gerne schnell hier. Yes, 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 yes. We are under attack. Yes, 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 my Lord, yes, 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 yes. So, der Bogenschütze ist tot, ist jetzt halt so. Sorry, Bogenschütze, aber... So. So, ich will das hier rechtsweg freihalten, weil hier gleich die nächsten Minen sind. Und wenn die dann alle da langlaufen... So, aber ich sehe jetzt alles hier, das ist gut. So. Na, halt. Barrax, ich bin schon... Ist das nicht B oder was? Achso, ich brauche mehr Holz. Jetzt habe ich nämlich so massiv viel Gold, wie ihr hier seht. Na, ey, ich drücke doch hier PP. Ende ist irgendwie, dass ich woanders hingehe, okay. Okay. So, und ich brauche halt mehr Typen, so. Okay, jetzt geht es hier wieder weiter. Ah, okay, jetzt sind nur diese Summonings, die gehen ganz easy. So, von hier kommt jetzt was, okay. So, ich brauche jetzt gleich so eine Lambe. Ja, das kann ich schon hier entstellen, oder so, okay. So. Ist das Katapult oder so? Okay. Also diese Katapulte sind halt echt die Halle, ja? Okay, jetzt läuft es ja hier ganz okay eigentlich. So, Gold kann ich ausgeben ohne Ende. So, jetzt wird es hier wieder ein bisschen... So, du weißt schon, ja, schön, ne? Ja, das war okay. Kannst du dich auch selber heilen? Nee. Mann, das mit dem M ist immer so eine Sache, ja? Kannst du das mal bitte zurückbringen? So. Soll ich aber genug hier Holz haben, verdammte Axto. Okay, so. Ist alles gut. Gold haben wir ohne Ende. Jetzt brauchen wir halt hier Schmied und so und Stahl. So, der Priester kostet auch noch Geld, okay. Ja, du kannst ja schon mal hier hingehen, einfach so aus Spaß. Dass wir hier mal... Okay, mir gefällt jetzt aber, dass ich hier den Überblick habe, endlich so. So. Kann ich jetzt schon diesen Zauberatom eigentlich machen? So, die Mine ist eingestürzt. Okay, hier geht es gerade eben wieder los. So, hier ist noch eine Mine, hier, etwa. So, okay. So, jetzt geht es hier wieder von unten, okay. Okay, so funktioniert das, sehr schön. Okay, sehr schön. So, verdammte Axt hier. Sowieso kann ich jetzt noch keine Ritter, weil ich den Schmied noch nicht habe, oder was, ja? So, da kommt schon wieder irgendwas. So, das Katapult macht halt übelst viel, ne? Okay. Oh, guck mal, wie der denn hier schmiedert. Yes. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, yes, yes. Yes, your will, Sire. Yes, 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 yes. Mighty, yes. Okay. Die Stadt wird nicht fallen, so. Wahrscheinlich hätte ich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das Game jetzt schon beenden können, oder so. Da habe ich so ein bisschen Angst. So, weil jetzt habe ich so viele Arbeiter und alles, alles, also. My Lord, your command, your command, my Lord, yes. So, Katapult wollen wir auch haben, oder? Yes, my Lord. Also, idealerweise lasse ich irgendwie so einen Trupp zurück, sowas wie sowas hier, ja, so einen Fünfer-Trupp und auf der Brücke auch am besten. Yes, my Lord. Yes. Heißt aber, dass ich dann Bungsschützen brauche, so. My Lord. Yes, my Lord. Das ist ja alles so Kosmetik. PB, oder nicht, ne? Yes, my Lord. Yes. Yes, my Lord. Yes. So, dann habe ich nämlich so eine Truppe von, von irgendwie fünf Leuten vielleicht, oder idealerweise, weiß nicht, wenn ich jetzt hier super übertreibe. Okay, BF. Brauche wieder mehr Farms, oder so. My Lord. Yes. So, okay, verzeihung, ha, 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 ha. Oh Gott, verzeihung, so. Your will, Sire? Yes, my Lord. So, ich hätte gerne Katapult, Ritter, oder noch Katapult. Your will, Sire? Yes. Okay, das ist kein Katapult, aber doch, da kommt eins, okay. Yes, my Lord. Yes, yes, my Lord. So, weg mit dem Schmutze hier. Guck mal, er hat trotzdem einen Ritter getötet, ey. Yes, my Lord. Your Ritter, yes, 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 yes. Ich wollte jetzt hier lassen, ne, ein Katapult, drei Bogenschützen irgendwie, und ein Heiler. Oh, dann machen wir zwei Ritter draus, so. Oh, komm, bevor es nicht beißen kommt, so, okay. So, jetzt haben wir ja auch noch Katapult, also jetzt sind beide Zugänge ja, aber safe, so, okay. Okay, so, Schmid ist hier. So, ich schicke den mal ein bisschen weiter, wenn... Ist jetzt nicht... Okay, jetzt habe ich schon kaum Gold mehr, okay. Und wieso macht ihr nicht hier, warum macht ihr gar nichts? Achso, habt ihr Holz gehackt oder was? So. Jetzt machen wir hier schön... Jetzt spielen wir hier Locken. Okay, es hat ja erstaunlich gut geklappt, trotz so einer Fail-Aktion gerade. Katapult 900 ist schon, ist schon ein bisschen was, ne? Also, ich habe jetzt meine Einheiten halt auch krass aufgeteilt, irgendwie, in den letzten Endes, ne, damit ich jetzt so safe bin. So, jetzt schauen wir mal, das müsste jetzt irgendwo hier unten sein, das Jager. Okay. Oh, er hat überlegt, so, lol. Mikro, so. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Katapult-Strategie so funktioniert. So, immer anlocken und so. Oh Mann, Alter, ein Ritter zu einem hat... ...sit fast komplett ausgelutscht. Okay. Ich brauche wieder mehr Foot, okay. Ich brauche wieder mehr Foot, okay. So. Your will, Sire, Lord. Your bidding completed, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, 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 yes. Ja, irgendwo hier ist es halt. Ja. Yes. Yes, my Lord. Ja, okay, dich lasse ich hier einfach vorbei, weil wir haben... ...das werde ich schon klären, so. Okay, hier sind... ...würde es auf jeden Fall schon Holz... ...ah, guck mal. Yes, my Lord, yes. ... Yes, yes, my Lord. Yes, 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 yeah. ok, da links kommt jetzt hier ne ok Oh shit Guck mal wie das Katapult wieder... Ja... 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 Hä, woran ist er? Habe ich hier gerade meinen eigenen eingehackt oder was? Ja... 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 Was willst du mir jetzt echt erzählen, ich habe gerade auf meinen eigenen eingestochen? Fuck man! Verdammte Axt, ey! Sorry, weil es so lange gedauert hat. Ich muss jetzt eh so ein bisschen cutten, weil ich habe echt oft laden müssen, so am Anfang vor allem. Da muss ich jetzt so ein bisschen Schnibbel die Schnibbel machen, so. Haha, fuck ey! So, okay, weil wir haben sie verdammte Axt hier! Wir haben dieses Ding wieder aufgebaut hier! Verdammte Axt! Ich frage mich ehrlich gesagt, ob ich schon am Anfang mit dieser Truppe, mit der ich, ähm, diese Leute hier befreit habe, ob ich damit schon hätte gewinnen können. Und was mich auch wundert, ist, dass ich diesen, diese, diese Magier noch nicht bauen kann. Doch! Wildtower, ups! Weil das ist ja genau dieser Turm, wo diese Magier herkommt, was bei ihm halt dieser Hexenmeister ist, dieser, dieser Rote, den wir hier ein paar Mal gesehen haben. Der, und das ist halt das Gegenstück hier von so, ne? Ja, ja, ja. Oh, oh, verdammte Axt hier! Baaah! 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 Fuck, Alter! Oh, jetzt bin ich Marshall, T-T-J, fuck, Alter! Das ist ja, eieieiei! Wie lange ist das Video jetzt die Aufnahme? 36 Minuten, naja, da kann ich bestimmt 10 Minuten rausschnippeln, so. So, also, ihr werdet dann immer das mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Safe nur sehen. Sorry für die Arbeit, aber ich will nicht, dass ihr die ganze Zeit seht, wie ich neu laden muss. Das musste ich echt in der Mission viermal machen, vielleicht sogar fünfmal, aber ich glaub fünfmal. War schon verkackt, okay, dankeschön, ja. So. So.